Wie schnell die schießen können, Wahnsinn. Oh, jetzt hängt's... Aber gefühlt ein bisschen schneller als der alte Server. Wir haben wieder nur einen Cyberlord. Mann, den hätte ich aber schaffen können, den Kerl. Ah, das war Pech, ne? Aber der hat einen Schuss-Speed drauf, das ist ja... Holy moly. Hast du deine Barone diesmal schneller getötet? Ne, die leben noch. Aber ich will auch mal mitwischen. Gibt er auch mal was davon hat, von zwei Leuten angegriffen zu werden. Das wollte er bestimmt schon immer mal. Gibt es ihm relativ egal, eigentlich will der uns nur tot sehen. Wir wollen das gleiche, ha? Ne, wir wollen ihn tot sehen. Da ist ein kleiner Unterschied. Ja, ja. Beruht auf Gegenseitigkeit halt. Ja. Gut. So, jetzt die Barone. Da können wir mal eine Granate hinschmeißen. Stehen sie doch so drauf. Schöne, schöne scharfe Handgranaten. Das mögen sie. Kennst du? Ich muss mal auf. Oh, das ist ein... Äh... Irgendwas... Raylgan schießen. Das ist ein Side-Bruiser diesmal. Ja, super. Ja, ist wirklich super. Wenn da was droppt, wäre der geil. Hoffentlich macht er das. Ich rief ein kleiner Onkel. An der Tür. No, da ist gut. Ist gut da drin. Ist gut. Oh, da hat ein Zombie jetzt gefeuert. Und der hat ganz gut Schaden gemacht. Und der Quälgeister da drüben dann immer noch, ne? Echt, ne? Ich muss aufpassen, dass ich das jetzt überlebe. Alter. Alter, Alter. Der hat eine Railgun benutzt. Jo, er hat gerade die droppt. Okay. Etwas, was zum Liebhaben ist? Ja, tatsächlich sogar. Ich brauche unbedingt ein Berserkpack. Das war jetzt ein Notfall. Oh, damit kann ich die Zombies ja platt machen. Alter, es reicht mir hier. Der eine Zombie zieht dir 29 Schaden. Mit einem Schuss. Okay. Ich helfe dir mal ein bisschen. Also in der Railgun ist doch schon was Feines, ne? Sind da jetzt mal alle tot, noch nicht? Lebt immer noch was, oder wie? Ja, ich höre. Jetzt so. Kurzen Prozess jetzt. Die haben hier genug Schaden gemacht, die scheiß Dinger. Oh. Ich höre irgendwas immer noch dackeln. Das ist hier der Cyberdemon. Ach, äh. Baron of Hell hier. Was ist? Ist da immer noch einer, oder was? Ja, ja. Der ist aber direkt an der Tür. Darum sehen wir den nicht. Ach, Arschgesicht. What the fuck? Wunder warst du zu dicht. Das kann sein, aber das ist so viel Schaden gezogen. Habe ich jetzt nie mit gerechnet. So dicht war ich doch nicht dran eigentlich. Na gut, Spiel meint an. Warte, meine Minen sind nicht eingestellt. Spiel war wohl anderer Meinung. Das war wohl zu dicht für das Spiel. Na gut. Welche Taste war Minen legen? Standard? Standard weiß ich nicht. Achso. Ich habe es einfach mal so rausgeholt. Ich habe es gemerkt. Dann brauche ich weniger Minen sammeln, wenn wir den Weil haben. Lass mir doch dummerweise ein Lila dabei. Das ist der einzige Nachteil in der ganzen Geschichte. Wir hatten beide die gleiche Idee, hier nach vorne zu gehen. Und sie von hier aus zu überhaken. Wo ist der Lila, ne? Ist der Lila noch da? Blöd ist, dass der unsichtbar sein kann. Mach mal auf die Tür. Ich schieße rein. Ah, der schießt aber auch raus, wie man sieht. No, ich habe es gemerkt. Wo ist er denn? Der ist da an der Wand. Au, 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 au. Aua. Au, 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 du, jetzt ist der andere nach Hause gekommen. Jetzt hat der mich von der anderen Seite zurückgebracht. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht. Da kam der Baronen-Fallow von der anderen Seite und macht mich Platz. Ist das ein Arsch. Ja, alt. Immer noch nicht mit der Map her werden, ne? Schon bitter eigentlich. Wie ist diese Map aber auch nervig. Die ist eigentlich gar nicht so schwer. Was ist los mit uns? Ja, natürlich. Ach, der mag dich ganz dolle. Hier ist ein Baron rumgekommen. Oh. Ich hätte fast seinen Schuss gefressen. Weil der mir fast in den Rücken geflogen näher. Oh mein Gott. Ich brauch Hilfe. Hättest du mir doch das nicht vorn drinnen gelassen. Ja, das ist aber... Ich weiß. Aber der bespricht dich jetzt, gefällt es nicht auch. Ne, ne. Alles gut. Soll ja Herausforderung sein. Der, der eine Baron hat mit ein Health eben noch überlebt gehabt. Gebt Ruhe, Junge. So. Zombie-Alarm. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ah, Explosiv-Mini-Gunner. Zwei Stück. Zwei. Zwei. Nur zwei. Sonst ist alles gut. Sind nur zwei. Einer noch tot. Äh. Bin ich bescheid oder ist das denn noch ein dritter gewesen? Tatsächlich drei Explosiv-Mini-Gunner. Oh mein Gott. Du lügst mich so noch an hier. Ich hab gerade tatsächlich ein Hellneight beschwert, dass du vorbeigelaufen bist. Ne, genau die da. Bringen wir dir da mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber, da hab ich gerade keine Lust zu. Warte mal. Ich muss ja mal gucken, wo hier meine Minen sind. Bei dir war das jetzt immer noch nicht flüssig beim Spektaten des Spielers? Nicht hundertprozentig, wenn du dich schnell drehst, nicht. Okay. Weil ich hab dich jetzt ja gerade bei mir ist perfekt. Hm. Keine Ahnung warum. Oder sagen wir es mal so. Das ist sowas von extrem marginal. Ja, ich bin halt Perfektionist. Mir fällt sowas auf. Achso. Achso. Ja, mit Raketenwerfer kannst du gerne Minen legen. Hast du gerade gemerkt, ne? Nein, das war überhaupt nicht so. Ich hab bloß die Guggeräckchen-Raketenwerfer in dieser Alter. Oh. Warte, da hast du. Oh, nur Barone. Boah, das klang tief. Oh, Junge. Keine Ahnung, Frau Acht. Ich hab auch mal nötig, schade, weil es überlebt irgendwie immer nur einer, ne? Mhm. Waffen nicht wir beide. Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie so ein komisches Phänomen. Du musst nachladen. Vielen Dank. Ich hätte dir jetzt auch schief gehen können. Ja, den Legendary hätte ich packen müssen eigentlich mit der Frieza, so ein Kack. Ah, der war aber auch in einer ungünstigen Position. Frieza tot? Trotzdem, der hat echt gut Schaden genommen von der Frieza, aber... Nein, Frieza macht doch viel Schaden, ne? Aber kriegt man halt so selten. Sind beide Pinkies tot? Lass dich doch überraschen, die stehen hier eh nicht gefährlich. Ja. Oh. Er möchte auch mal vorbeigucken. Und die ganze Umwelt verpesten. Oh, wie sind die denn doch hier worden? Na, von der Wolke, von dem Beinelementel. Achso. Mensch, der stinkt aber auch, wa? Ja, der verpestet die ganze Umwelt. Der macht auch vom Monster keinen Halt. Der Rucksack holen, ich hab nicht genug Mienen. Schon problematisch. Der ist halt biologisch schlecht abbaubar, der. Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Ich stehe sowieso nicht, es sind so hässlich, wie die Dinger sind. Vier Stück. Mindestens vier. Aber ich nicht. Musst du erwarten, bis du das hast. Ich hasse diese Raumrennerei. Oh Gott, oh Gott. Mit drei Mienen. Nee, ich packe ja noch eine hin. Achso. Ich wollte gerade nur ein bisschen Zeit tot schlagen, bis der Rucksack respawnt. Achso, achso. Ich dachte schon, du wolltest dieses Risiko. Nee. Ich dachte, wir wollten den Devil mal irgendwann schaffen. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Wenn du jetzt hier für immer dran, wird es ein Let's Play Komplex Dune für immer geben. Ja. Okay. Snap ist zu leicht, das schaffen wir nicht. Da ist der normalen Weile drin übrigens. Und hier das gleiche wie ich, die Kombination hinter dem. Ja, genau das gleiche wie ich hatte. Alles gleich. Auch die ersten beiden Hell Knights. Aber lass die durchkommen, sonst hast du die mit den Weiles zusammen. Das ist jetzt witzig, du hast mir damals den Tipp gegeben, das so zu machen. Jetzt sagst du mir, Schwester, ich sag dir das zu spät. Geil. Ja. Hat auch was. Kann mich doch an damals nicht mehr erinnern. So gut verfolgst du also meine Videos. Ja. Ah ja. Durchschaut, durchschaut. Ja, es tut mir leid. Du wirst irgendwann noch in der fairen Zukunft einen Legendary Revenant haben. Super. Wollte ich schon immer mal haben. Zusammen mit ein paar anderen Revenants noch. Ja. Da kommt also noch ein bisschen was auf dich zu. Oh, du hast ja schon gut aufgeräumt. Und der ist tot. Ja, der ist tot. Glück. Vergiss den Karko nicht. Welchen? Na, erstmal die Pinky. Damit du da auch hin kannst. Ach ja, stimmt ja, den da. Ja. Der ist sonst ganz traurig. Wo ist denn der andere? War du schon tot? Oh, scheint wohl so. Scheint wohl so. Ich hör nichts mehr watscheln. Oh, den Weiler hast du sogar zerfetzt. Ne, ich hör nur in der Hand. Du musst den Schalter noch drücken. Ne, ne, den da hinten. Hinter dir. Den musst du mal knuffen, jo. Ich war hier noch nicht, glaube ich, oder? Ich war hier noch nicht, glaube ich, oder? Oh, da schießt was mit BFG hier rum. Ach, der ist das. Der hat den Revenant getötet. Ah, sehr gut. Oh, meine ey. Vergiss den Karko nicht. Wo muss ich denn dafür hin? Du musst da raus. Ach, hier raus muss ich. Ne, ne, nicht hier. Ach so. Du musst da runter, da wo die Anhöhe da ist. Ah ja, stimmt. Aber nicht mit Raketen, das könnte gefährlich enden. Ach, du hast dich aber auch immer. So. Oh Gott, was ist das denn für ein hässer und Vieh? Nicht treffen lassen. So? Ne. Mach mal raus, das ist, glaube ich, unklug. Muss ich den umbringen? Weiß nicht. Ach, vielleicht was denn jetzt einfach. Was ist denn überhaupt drin? Äh, BFG-Munition. Ach. Ne. Ich bin jetzt mal ohne in Kauf. Gebt Ruhe. Was macht er da? Ja, der schiebt irgendwas Großes. Der hat mehr vor. Huh, huh. Guck mal, wo die eigentlich lag. Ja, 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 ja. Du schade. Was macht er weil eigentlich? Der hat aber auch eine Lame Snacky. Vollet viel. Ja, es ist auch ein... Zwei... Irgendwie sowas, dass das keinen Splash Damage nimmt. Geh mal ganz stark von aus. Hat ein bisschen weh getan. Na nun, komm wieder. Vielleicht hast du das Berserk ja noch. Oder... Hatte das schon einer genommen von uns? Ich weiß ich nicht mehr. Hat von Berserk. Also ich hab's nicht genommen. Ach, das liegt da Standard rum. Das Berserk kannst du dir nämlich dann noch aus dem Secret raus holen. Und lass dir mal da reinlaufen. Was war das denn jetzt? Du musst an den Linien gestorben sein. Oder hast du dir eine Rakete rausgerutscht? Nee. Nee? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, mir ist eine Rakete rausgerutscht. Egal. Ach, Mensch. Das hat der Angst gesiegt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der hier noch lebt. Wer lebt denn noch? Ja, schön, dass du mir immer jetzt mal jetzt hast. Schön, dass du mir mal gesamtliche Munition traust. Ist doch nicht egoistisch. Was hab ich von dem Cyber? Egoistisch sein? Ey, jo. Der ist das auch. Der will alle alleine töten. Wieso wird das aber nicht? Wie du gemerkt hast, bis jetzt sind wir noch nicht so weit gekommen. Wahrscheinlich liegt das daran. Du willst den ganzen Ruhm für dich haben. Ja, wie der Cyber. Der will auch alle alleine töten. Ja, aber du bist kein Cyber. Ach so. Du bist nur ein kleiner Doom, geil. Du hast bloß 100 Lebens-Energie, nicht 4000. Ach so. Ja, gut. Hast du wieder was verwechselt, ne? Ja. Ich meine, wäre ja schön, wenn du 4000 hältst, aber... Ja, eine Granate, Barone. Ab und zu muss man euch da immer so was Gutes schenken. Wäre es, wenn wir hier mal den Cyber eine Runde beschenken. Mit Tod. Ja, so im Wechsel, ne? Im fliegenden Wechsel, dass jeder was davon hat. Synchro schießen hier. Boah, der arme Cyber. Boah, der arme Cyber. Oh nein. Zu, nein, auch hier. Oh nein. Ja, das war nur mein, oder? Alles gut. Wie wirft man nicht Granaten? Heute bei Dämon. Bei Dämon. Aber, aber bei mir gibt es erstmal, äh, ja, wie man Zombies abschießt, ne? Das kann ich super. Kleine, kräftige, kräftige Zombies, ja. Oh, die packen aber auch schon wieder Waffen aus, das glaubt man gar nicht. Ne. Du schießt halt. Danke. So. Lad mal nach, die Scheiße. Ja. Die Scheiße vor allem. Wie redest du denn? Ah, ganz vornehm wie ein Imp. Ein Imp vor allem. Ja. Ein Zivatiermattel. Oder so. Na, irgendwie sowas wird er wohl tun. Was haben wir denn hier hinten? Ein Baron. Dieser Empfang, ne? Ist, ja. Guck mal, er wollte gerade schießen, hab ich ihm voll den Painstate gebracht. Hi. Ha. Wie hat's der pflückt? Hm. Ich brauch keine Minen. Bäm. Na, was ist der? Lebt noch einer. Zehn Elfer da noch. Meine Rakete ist durchgeflogen, ich hab's gesehen. Boah, die, die, die hab ich's auch gegeben, die. Den Denkis. Ja, genau den. Ich geh dir mal Raketenmunition holen. Du hast nicht mehr so viel. Ich hatte noch Bock, den Pain Elemental zu töten, aber. Ich hab nur, ich hab, ich hab genau null Raketen gehabt. Ich weiß. Das muss doch reichen, oder nicht? Ja. So. Ähm. Wie sieht die andere Seite mit Baron aus? Auch gut. Ich hab ich schon geklingert. Ja, das geht was für schnell dafür. Der Säck ist noch da. Sollte man sich aufheben. Ich möchte aber gerne mal ein bisschen Schrotflintenmunition haben. Du hast mir voll nichts stehen lassen. Da lebt noch ein Zombie. Boah, der hat meine Rakete aber vollstens gefressen jetzt. Habt ihr alle? Das ist meine Pain Elemental. Ich kann den nicht mehr orten. Ist der schon tot, oder was? Der ist tot. Ah. Ach, du bist doch auch sowas von langsam. Ach, hast du den getötet, oder was? Ja, ja. Ach so. Du warst das. Na, wer sonst? Hier ist keine andere, die uns tötet. Manchmal töten die Monster sich ja auch gegenseitig. Das haben wir ja auch schon hinter uns. Ja, leider nicht. So gern machen sie es leider nicht. Oh, da ist ein Grün dahinter. Das blinkt schon durch die Wand. Oha. Da kann ich ein paar Minen hinschmeißen. Ich schmeiß das jetzt alles voll da. Wie warst du da jetzt liegen? Ich weiß nicht, fünf Stück oder so. Ach, warum drei gehen noch? Dann haben wir eine Runde acht. Und da liegt doch bestimmt schon wieder ein Backpack, oder nicht? Na also. Ich hab noch eine Mine. Wie, hast du eine hochgehen lassen, oder was? Nein, ich hab noch eine mit einem Inventar. Ach so. Ja, ich auch. Na, das passt ja. Wir haben mir vom Backpack eine geholt. Wir leben ja beide noch, was ist denn jetzt kaputt? Ja, also wir beschreiten es mal nicht zu früh, mein Jungs. Oh, da ist ein Blauer. Na scheiße, ist ja so ein Tod, ne? Scheiße. Aber der ist weg, guck mal. Oder kann man den trotzdem wieder beleben? Das ist die Frage. Weil die sind ja weg, komischerweise. Naja. Aber das muss nichts heißen bei dem Spiel. Kommt man hier wieder rein, wenn die Tür zu ist? Wenn du jetzt drin bist und ich bin nicht drinne? Was? Äh, Moment. Ja, ich muss halt den Schalter drücken, ne? Naja. Ich meine, dass ich denn nachträglich drin kommen kann. Oder ich komme halt einfach mit drin, ne? Ich mach's einfach mal. Ich komme, bin mit drin. Wird schon schief gehen. Jetzt sind's ja alle gekommen, das ist natürlich bescheuert. Aber wir sind jetzt zum Glück zu zweit. Ja, das ging ja sehr souverän. Ist schon vorteilhaft, wenn wir zu zweit sind. Wenn wir uns gut abstimmen, ja. Und nicht einfach so losrushen. Ja. Wo sind sie denn, die kleinen Onkels? Da. Einer ist schon tot. Äh, das wollte ich jetzt nicht. Äh. Das ist natürlich nicht das gescheite Waffenarsenal für den Karko. Ah, ich will jetzt aber den Karko töten. Auch mit Super Shotguns, komm. Wo bist du? Ich bin hier. Lass uns mal den Karko mit Super Shotguns töten. Alle Bäder. Also rin. Ja, klar, natürlich. Na, dann musst du mir aber sagen, wann du vom Teleporter weg bist. Kannst nicht, kannst nicht telefracken. Ach so, okay. Das habe ich extra so eingeschickt bei dem Server. Wie nett von dir. Ich bin da nicht ganz auf den Kopf gefallen. Willst du das anzweifeln? Oh, was, was, was will denn der jetzt hier? Betreibt jetzt auch völlig der Zombie. Ich hole dir meine Lebensenergie. Ich hatte 185, dieser scheiß Zombie. 185 warst du nicht schon niedriger? Nee, ich glaube nicht. Der Zombie hat ganz schön viel Stress gemacht. Was soll das denn jetzt? Wieso fahre ich da jetzt auch rüber? Na gut, dann habe ich halt nochmal BFG Munition. Wer weiß, wo dafür das später gut ist. Aber dafür habe ich jetzt noch weniger Hilfe. Danke dafür. Oh! Das war knapp. Hat er dich getroffen? Nee. Mich auch nicht zum Glück. Es ging genau zwischen uns beide durch. Ah, Glück. Unglück gehabt. Ich. Warte mal, ich gebe mir nochmal Raketen Munition nur hin. Hier ist ja zum Glück zu viel draußen. Na ja, relativ. Oh, fuck, ey. Der macht mir Angst, der Typ. Oh! Der hat nicht im Ernst die scheiß Raketen überlebt. Äh, Dinge überlebt. Ich bin leider trotzdem an irgendwann drauf gegangen. Ach, die scheiß Rakete ist gegen den Revenant geknallt. Was ist denn Omi Ballert? Ein Revenant oder was? Äh, Moment. Ja. Und ich habe mich selbst getötet, weil ein Revenant neben mir wieder belebt wurde und das dann gegen den geknallt ist. Schön, oder? So, jetzt habe ich mir die Angst im Munition auf der anderen Seite geklaut. Jeder nimmt sich, was er kriegen kann. So. Hör mal auf, jetzt hier zu schießen, du Blödfinger. Oh, nein. Es ist eigentlich... Es ist wieder dieser korrupte Annihilator. Ich habe meine ganz korrupten Rucksack mitgenommen. Kommst du zurecht mit dem Cyber? Ja. Ich küsse sie gerade eine Pistole. Oh, jetzt habe ich dafür die, ähm... Zombies eigentlich schossen. Ja. Das ist ein ganz schönes Arschgericht da. Oh, der hat den Raum hier drinnen auch aufgesp... Der Startraum hat er auch aufgespießt. Da draußen ist ein BFG-Zombie. Ja, hier ist auch nochmal ein orangener Baron, der mich hier gerade angreift. Alter, dein Cyber, ne? Der macht mir Angst. Der hat mich wieder... Ich bin fast tot. An den Zombies. Der Cyber hat mich schon wieder fast aufgespießt. Das macht nichts. Da nimmst du keinen Schaden von. Von den blauen Dingern? Ne. Ich stand vorhin direkt in einem Leben drin und da passiert gar nichts. Du stehst nur fest. Was soll denn, will er dich nur einfangen, damit er dich besser beschießen kann? Ja. Das ist aber unrealistisch, wenn man in den Dingern drinsteht, während das da rauskommt, muss das doch eigentlich Schaden machen. Das schwere ich mal. Sollte, man. Ja, geil. Die blauen Dinger kommen vor meine Fresse, genau indem, wenn ich ne Granate schmeiß. Wurde ich davon abgeblockt? Ja, die Granate wird genau durch, glaube ich, durch... Bist du tot? Gibt's doch nicht. Hinter dir ist ein Baron. Hallo. Hab's gemerkt. Wie hast du mich jetzt alles alle in der Mitte drückgeschickt? Ja, es war leider schon zu Zeit kritisch. Ich weiß. Urg moi irgendwie das Problem mit dir. Aber dafür bist du jetzt von dem korrupten Anihilator befreit Toll Ob wir diese Map nochmal irgendwann in diesem Leben schaffen Ja Dann kann das anzweifeln Ansonsten skippen wir diese Maps vornächsten Ne Da bin ich hartnäckig Warum? Die spielen wir denn ganz zum Schluss Du musst neben dir aufpassen Links ist ein Ziemlich ekliger Baron Ich bin marin tot Ich bin dran Ich arbeite dran Brauchst du aber auch lange Ja der braucht auch ganz schön viel Schiss Wie viel Lebensnäckige hat er denn? 1725 Ich kümmere mich hier um 4000 und wieder Ja Aber den finde ich gerade gefährlicher als dein Cyber Muss ich ganz ehrlich zugestellen Können wir tauschen? Können wir gerne tun Okay Deine Rakete die du ausgewichen hast hat er mir jetzt rein in die Fresse geschossen Und pass auf den Cyber auf der neben dir ist äh der Cyberuser da Ja genau der da Der ist mit dem ist nicht zu spaßen ne? Also da würde ich echt aufpassen Ja genau so Sorry Karl mit dem ist nicht zu spaßen Ein Protodestroyer Ja Der zerstört ganz gut Okay Ich rufe jetzt Los gehts Die 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 �